Hier könnte es... Also, weißt du, wohin wir müssen, oder möchtest du deinen Boss fragen? Ja, ohne Anweisung ist das der reinste Blindflug. So, jetzt müssen wir hier die Coins einwerfen. Du darfst. Okay, danke. Da ist noch einer. Die müssen hier immer wieder herkommen. Sie sollen doch bleiben, wo sie sind. Haben doch eh keine Chance. Na gut. Welche Tür ging jetzt auf? Hier oben. Da müssen wir jetzt hier die Treppe hoch. Hier hoch müssen wir. Ja. So. Hier hoch uns. Das ist hier hinten die Tür. Ja, das ist aufgegangen. Und was musstest du die letzten sechs Monate ertragen? Einfach alles. Sie versuchten, den Virus in mir zu erforschen. Okay, mach mal schon mal hier die Tür, ne? Ja, wir haben Rakuten durchgemacht. Und beim zweiten Mal war es genauso scheiße. Scheiße. Oh, ein Grünes traut. Und ich brauch's nicht da essen. Trophäe, wisst ihr? In der Mitte. Wollt ihr? 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 Jemand. Wollt ihr? Gegenüber rein. Gegenüber rein. Was ist das? Das kann doch auch immer geschrecken. Irgendwo ist ja noch eh noch, gell? Also einer schreit noch. Da schreit noch jemand. Ach da oben ist er. Achtung einer kommt runter. Und einer ist noch hier oben. Wo schreien die denn rum? Ja. Sehen auch nicht. Da oben ist er. Jetzt ist er runter gesprungen. Hinter mir. Jetzt haben wir so oder? Immer noch nicht. Da oben. Der ist immer noch da. Hm. Oh, ich mach das nicht. Da oben. Ich glaub den hab ich. So. Geh mal Klavier spielen. Geh mal Klavier spielen. Echt? Wie jetzt? Ja, geh mal Klavier spielen. Schick, oder? Ja. Zack. Ja, sehr schön. Ja. Geh mal weiter. Ja. Da geht noch irgendwas drum, ja. Nicht schlecht, wir hätten alles. Geh mal in die Sauna. Ja. Ich hab schon mal eine Medaille gefunden. Was hast du noch eine gefunden? Na ja, die draußen war noch eine zum Brunnen. Na schick. Na gut, ich wollte die hier noch, die hier drin liegt. Eine liegt hier unten drunter. Ach nee, das kann jetzt nicht wahr sein. So. Ja, wir haben auch. Ich muss irgendwas wegschmeisen, ich weiß nicht was. Tja, das ist immer schwer, gell? Ja, ich hab hier eine rote Haut, das will ich schon mitnehmen. Ich hab ein, zwei, drei, vierundzwanzig, sechsunddreißig Lebenspläne. Nee, so viel hab ich leider nicht. Deswegen nehm ich auch sowas mit. Alter. So. Sonst noch irgendwas spielst hier? Was? Nee, hier gibt's nix weiter, ich hab alle. Das ist immer zu hoch. War auch nix in den... Nee, sonst mal nix. Nee, den hab ich schon aufgesammelt. Auch da ist noch eine. Na und jetzt, wenn wir hier wieder in dem Raum von den Tisch gesprengt haben. Aha. Ja. Der jetzt natürlich komplett verschwunden ist. Ja. Aber damit können wir, glaub ich, leben. Ja, das ist sehr. Ja. Ja, ich hab keine Hände gemacht. Ja, ich bin jetzt nicht. Ja, das ist. Ja, ich bin jetzt nicht. Ja, ich bin jetzt nicht. Hau ab! Blödes Mist! Ja, das war's noch nicht so schön. Punkte! So, jetzt kommen wir wieder zurück zur Maschine. Und die restlichen Coins einwerfen. Jo. War da noch einer? Ich hab' nichts gesehen jetzt. Ja, weil sie sich rumgedreht hat eben. Die haben doch so die Angewohnheit, wenn der Gegner kommt, dass den Kopf wegdrehen und da hinschauen müsste, wenn sie läuft. So, dann... Ja, ich will das. Du mal die Coins einwerfen. Zwölf glaub ich müssen insgesamt sein. Fangen wir jetzt wieder durchschauen. Nö, Töne. Wenn wir jetzt hier reingehen... ...danach kommt hier draußen nochmal ein großes Gefecht... ...und dann geht der Punk ab. Dann kommt hier ein riesen Panzer rein... ...kommt ein riesen Panzer reingefahren. Dann müssen wir hier... Guck mal, ich zeig's dir gleich mal. Du musst mich hier hochschicken. Ja. Gell? Hier hoch. Und du musst hier drüben... ...must hier drüben die Treppe hochlaufen. Aha. Weil du... ...du kannst ja da drüben dich rüberschwingen, wirst du? Mit dieser Stange. Alles klar. Und hier oben an der Tür müssen wir uns treffen. Hier oben an der Tür. Jo. Gut, also kann man... ...kann man jetzt hier loslegen. Andere Seite, genau. So, jetzt kann ich mir ne Zigarette drehen. Das kriegt mir alles hin. Also hier drin soll es nix mehr geben. Gut. Gehen wir. Diesen Typen ist nicht gut Kirschen essen. Gut. Ich hab sowieso genug von diesem Ort. Da kommen sie schon. Ups. Guck nicht. 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 Es wird so... ...wärts. Da ist wie viel schon ein Meister. Oben ist das genau. Bin der da oben? Headshot. Ach, so ein Magnum ist schon was Feines. Haha, ich werde so gesagt. Ich hab leider. Ja, das Magnum ist immer schwer mit Munition. Wo schießt der jetzt noch? Ach da oben. Äh, von da oben. Hab ihn. Haben wir sie jetzt alle? So, jetzt geht's los. Sollen wir an die Tür gehen? Da, knallt's. Na gut. Ja, da rennen dann gleich hier hin und du schickst mich hoch und du rennst dann hier außen rum. Ja. Jetzt kommt doch schon ein Drifter. Ja da, da geht's ja ja. Oh Mist! Weg! Jake! Weg! 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 Du bist doch schon oben! Da stimmt doch hier nicht drüber! Doch! Hier, hier, zu mir! Ja, genau! Ja, das hat er eben gerade nicht angezeigt! Ja, das rutscht doch kurz vorher rüber, das Ding! Jawoll, war ja klar! Ja! Und rennen! Ja, rennen, rennen! Ah, jetzt hat er dich immer fahren! Hallo! Schatz! Behebel nach vorne! Ich spinne ja wohl! Ah! Wie spinnst du? Geht's noch? Von Panzer überrollt! Ja! Hier, die Wette gleich lässt du drinne! Na klar! Ja! 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 Das ist ja scheiße! Das war's schon! Ich muss erstmal wissen, wo du hinwollst! Hier sind noch zwei Kästen! Na gut, dann hol ich mit dir erstmal! Na gut, ein ist Munition! Wo bist du? Na ja! Na ja! Na ja! Gut, dass ich genug Munition hab, weil das nur Erfahrungskunter! Achso! Das ist gut! Na ja! Na ja! Na ja! Oh, verdammt! Gut! Ganz gut! Ja ja! Oh! Na ja! Oh, du schutz! Oh! 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 Ich bin wohl. Ich hab Wötchen. Da kommt doch immer noch einer rum. Ich seh noch nicht. Jetzt müssen wir hier außen rum um den Panzer laufen, jetzt kommt der Panzer hier wieder. Wo muss ich hin? Komm hier, außen rum um den Panzer, hinten die Treppe hoch. So, pass auf, du musst jetzt hier rüberspringen. Wo bist du? Komm hier, komm hier, komm hier, hier zu mir. Du musst hier rüberspringen. Und drüben warten, ich schicke dir das Ding jetzt immer wieder dahin, dass du dann ganz rüberspringen kannst. Noch kommst du nicht ganz rüber. Ich bin da rüberkommen. Du kannst doch fast der Start oder rüberspringen, wenn sie richtig schnell sind. Ich hatte gar keinen Plan hier. Du dreht mich immer mal noch um. Das klappt. Ja, ich mach dich. Tag Eva, komm jetzt mal. Ich mach mich wieder auf dem Tag noch. Ich hab mich überall pious. Mann, ah, ganzlos. Wie weit bist du? Bist du schon drüben beim Motorrad? Naja, ich bin ja nicht gekommen, weil ich bin ja nicht weg. Versuch mal, weil die nehme ich ja. Ich bin ja unter Dauer beschützt. Ich bin ja unter Dauer beschützt. Du musst auf die andere Seite springen. Ja. Ah, jetzt. Alles klar. Super. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, jetzt geht's. Jetzt hast du es, oder? Jetzt bin ich auf dem Panzer. Genau, und jetzt musst du... Hier ist dein Motorrad. Halte durch! Okay! Hey! Oh, Alter! Oh, der Panzer! Ja! Eine mitgegeben. So, so. Womit... Ich bin ja schon drüben... ...Hart. Kämpfe, gell? Warte! Ich bin halt schon. Kaffee, oder was? Ohne ein allbleibt sich? Ja, jeder macht. Du kommst hier runter, genau. Oah, jetzt müsste du sowieso doch problemlos! tried ab! Das hab ich auch gerade gesehen. Trud Mensch, ich kann mir gar nicht dran, das Motorrad ist nicht ran. Oh, Mann. Das ist schon so, sowas. Ja, scheiße. Renn doch einfach zum Motorrad. Ich war neben dem Motorrad. Und jedes Mal, wenn ich absteigen wollte, hat er mich runtergeklarpt wieder. Oder habe ich auch noch? Jetzt bist du drauf. Wow, wie auch immer. Oh, das ist die Masse, das ist gerade. Kau, Mann. Zwar, wir haben es gleich geschafft. Yippie. Kau, Mann. Das ist die Masse. Ja, das ist die Masse. Das ist die Masse. Und die Masse. Das ist die Masse. Vielen Dank.